Das ist das hundertste Tun hier auf diesem Channel und gewinn' ich dieses Mal hier nicht, ist das alles geschoben wie bei Lenny Worte hier gibt es nur 3 Lose und 3 Leute, die rappen können und ohne Zweifel bin ich, gleich nachweis' ich alle 6 davon Letztes Mal finale und am Ende reicht's knapp nichts und diese Staffel gibt es dann so Rapper wie Garlick Denn mir sagt man schon, dass Männer auch vor deinem Übel für'n Ausstand Doch dann kommt dieses Opfer und redet von psychischer Panik Dann schon Fenwick in den Wald, gestern verdreht nicht, halt die Fresse, bitte, denn letztendlich können die Freilose das Blätter knicken Danny, bitte, rede nicht und weck dich auf den Boden, wär's nur fürs Video ein Jahr in die Rehpa-Bahn gezogen Wie ungepflegter aussieht, Danny, geh doch endlich drauf, doch da fällt das DST mit seiner Fresse gar nicht auf Ich mach einfach irgendwas und klatsch, alle kaputt, komm ohne Gegenwehr ins Final und dann hab ich keine Lust mehr Wie immer Wie immer